Hallo Leute, hier sind wieder die drei, die nicht mehr wissen, wie man gewinnt. Namentlich der Hansen. Nament. Der Magie. Nament. Und der ich. Und wir sind ziemlich gut drauf. Wir sind in einem Team mit Jaina, Sylvanas und der Rest sind wir. Also Zagara, Rayna und Kerrigan. Ein sehr schadensintensives Team. Wir gucken mal. Die anderen machen aber auch nur Schaden. Oh ja, und unsere Sylvanas hat schon mal gar keinen Bock loszugehen. Ne, die hat keinen Bock. Ist aber auch die beste Voraussetzung. Das läuft halt dann immer, ne? Ja, ich gehe hier in den Busch. Was habe ich denn hier? Da ist nochmal der Busch, der so lila barbert. Genau. Oben ist Tychus und Jaina. Die töten gerade Magie. Soll ich mal helfen? Zu spät, du bist schon tot. Ne, ne, ich hau mir den. Als ob. Als ob, du. Oh, da ist ein Schlechern. Und darum ist die Sylvanas. Ein Millimeter. Dann hätte ich ihn in den Arsch geknippen. Ich mache den Minutes noch mal Mut. Und weg. Kommen wir wieder runter? Oh, da hat wahrscheinlich jemand ein Problem. Okay, hier in der Mitte der Chill Harmsen. Ich weiß auch nicht, was das soll mit dem Namen, aber... Ich autoattacke mich also durch, Kinders. Ja, ja. Ja, Harmsen liebt Autoattacks. Ich liebe auch Autoattacks. Das muss man nämlich nicht lernen. Da muss man nichts zu können. Dann ist er einfach stumpf drauf. Richtig. Und wenn ich die vier abgebe, haben wir gewonnen. Ne. Also ich habe gerade mit dem Maggi tatsächlich mal eine Runde gewonnen. Das ist doch nur... ein Gerücht. Oh, ich habe aufgegeben. Guck mal, hier ist Kältehass. Hier ist Kältehass hier und kommt schon... Ah, okay, ich komme rum. Ich bin gebürstet. Oh nein, guck mal, jetzt gehe ich in der Mitte. Seid immer noch Kältehass. Ich gehe wieder auf Mitte. Ich gehe auch Mitte. Maggi wird mit dem Locker alleine fertig. Ihr wisst schon, also ihr seht schon, wir haben wieder einen Plan. Ich gehe auch mal an. Hm, Kälter ist jetzt hier rum. Dann lässt sich nicht Stunden. Ja, 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 ja. Ich gehe mal an. Ja, dann kann man nur ein... Oh, oh, oh. Au. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, wir könnten mal den Turm. Ah, das war nicht gut. Ich geb ab. Alles voll! Nein! Holt die Sachen, holt die Sachen! Die Sachen! Die Sachen, die hier liegen! Ich hab drei geholt. Ich hab den Rest genommen. Wenn ich jetzt angewumms werde, bin ich tot. Dann gehen wir aber nicht hin. Doch! Soll ich es dann mal woanders zu nehmen? Waaah! Ich zeige es erstmal an hier durchgeballert. Was ist da los? Hier oben ist sie drin. Erstmal schön, dass Silvanas überhaupt mitspielt. Ja, ja, ist geil. Die ist gut. Hab ich direkt gesehen. Ich glaub wir müssen hier hin. Ja, ja. Ich hab jetzt Flächenscharn, das heißt... Aua! Bist du blöd, Kälte? Aaaaah! Gut gemacht, Mädels! Wir sind uns zwar ne Menge... Hier, Münzen verloren gegangen. So, ich hab wieder welche... Ah, ich kann mich wieder ein bisschen aufladen. Abgeben! Okay. Schlechter, schlechter. Ja, der geht schon zurück, der hat 15 aber... Ja, der geht hier lang, hier lang, hier, alles klar. Nein! Warum hab ich denn nicht gezündet? Ich hab doch gedrückt! Ah! Nee, geh nicht so weit. Da kommt die Mann, da kommt die Mann, da kommt die Mann, da kommt die Mann! Ja, ich hab's noch keinen. Aaaaah! Schlechter! Portion! Schlechter! Also ihr merkt, die Kommunikation ist da. Hektisch, aber sie ist da. Mhm. Ich muss porten. Einmal kurz. Zum Bronn. So, jetzt ist wieder Top-Kleiner, Alter. Was ist denn das hier für eine Rotation? Könnt ihr kriegen, könnt ihr kriegen! Oh, ja, wir haben schon wieder einen Stunt reingegangen. Oh, oh! 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 Ja, das ging normal gar nicht, ne? Ich wollte die Linksen holen. Ich porte weg, dann hab ich nichts damit zu tun. Die Jaina, Alter, hat erstmal ums Pille gerade abgeräumt. Aber richtig irgendwie. Ja, sieht man am Schaden, ja. Und das hat ihm gleich mal ein ganzes Level gegeben. Jo. Noooooooin! Oh, na klar. Na klar. Das ist wohl auf der Gegnerseite. Wie immer. Yeah. Ja ich mein, was erwartet sie denn aus? Warte nicht, was ich erwarte. Ich erwarte, dass ich mir jetzt mehr Schaden mache. verteidigt euch oder sterben. Ich kümmere dich! yeah super gestunt, ultrales Stunt! yeah�! Ähhh! Oben sind wieder Youder. dann. Oh, fast auf. Scheiße jetzt vergesse ich immer was das Video so macht. jaaa! sie liegen zwei Leute drauf. 2 zerklinge das will ich haben vor dem schuss nein es war doch passiert dass beide jainers ihre scheiß eiskreise zusammen gemacht habe ich nicht mehr auf uns zu finden ich spiele auch nicht so gut es gibt es doch nicht etwas was er bürstet ich komme natürlich position mäßig richtig und ich habe jetzt gleich gesehen abtaste gedrückt ja statt hat mich jetzt kommen wir zum mitte das kann man zum mitte bitte zum mitte bitte wir sind ja schon ab und die sind da ja sind es noch da oder 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 das problem ist ich mache noch nicht so genügend schaden wir haben noch einmal abgegeben kann sein nein haben wir noch einmal gleich müssen haben jetzt das ist nicht ab neun münzen hast du noch was du machen sollen können entweder nur versuchen ganz zusammen zu bleiben nein 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 noch zwei münzen fast tot aber man meine zerkstimme hey das kann ich sagen ich kann dir nicht helfen ich bin noch zu kaputt 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 hey das kann nicht sein hey guck dir das bitte mal an ich komme überhaupt nicht mehr von diesem die gehen einfach durch ne die gehen einfach durch ne ja der schlechter der stunt halt auch mit die gehen einfach durch die gehen einfach durch ja ich sag mal was denn ah ja ne wir müssen weg wir können das nicht halten so ich hab meinen ultralisken ja siehst du doch ne ich bin da nicht auf der hörner selbst jetzt da oh 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 nein dann kommen die zurück und machen hier den selben scheiß nochmal ich kann mich nicht bewegen wegen dieser verdammten jane das kann nicht sein das kann nicht sein Leute ist doch nichts passiert hey nehmts locker es ist ein spiel unten reißen sie übrigens noch unser vor ein und das kann nämlich sich das eigentlich mehr verteidigen oh was ist schon vor echt wenn die clever sind holen sie sich das hartcamp hoch unser hartcamp naja wo dann hin wir haben schon so klasse also ich krieg die jana mit einer rotation von meines skills fast da unten aber halt nur fast genial wenn wir jetzt nochmal zwei dinge abgeben können ich gebe ab 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 ja dann gib doch ab und weg gebe ab ich habe angefangen habt ihr angefangen super ey wir hätten doch vielleicht anders rum machen sollen nein nein ihr müsst anfangen während wir stehen ja der herr wollte erst ab machen ja ich will einen scheiß spinnen da haben nein ihr hättet einfach die hätten schon drauf schlagen müssen wenn du angefangen hast mit dem camp geht es ja weiter ich habe jetzt zu spät ich habe doch nicht mehr ich bin näher ich weiß das ich weiß das die kommt muß und entweder ja ich weiß ja die können wir ich weiß ja schaffen oder auch leute was für den fern hat die eine bitte ich krieg ein kackleißer sie verfolgt mich hier ja ja auch der 16 den haben wir am arsch was kann man gelaufen ich gehe gleich zurück jetzt schlecht habe ich hier holt euch die scheisse so schlimm ist so schlimm die älde weg 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 geht nicht bis laut boah die lösung mein weh hier einmal nach dem anderen außen ich habe die ulti abgewehrt indem ich hier durch den scheiß schatten durch die büsche geflogen bin oder gelaufen bin die jana ist schon wieder hier die hole ich mir ok jetzt kommen wir hinterher zoff da kommt noch einer ich bin tot schweiz wird münden alter lauf 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 so die eine ist weg ok jetzt da noch nicht weg los jetzt hier rauf hier rauf wie ihr seht dann ist wieder eine fremium folge los ran ran natürlich mit meiner hilfe meiner raiders tödliche raiders los abgeben 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 unten aber ihr merkt wir kriegen die mittlerweile kriegen wir sie wenigstens auch mal down ja der schaden da muss erst erwachsen unten unten camp oder wat ne unten abgeben erstmal ja und dann versuchen zu ficken harm bitte in der mitte die kommt die jana die kommt ja ja da oben ist sie halt mal los nein ey die haben kack und die elder hab ihn so auf sie sind jetzt wieder vollständig weg 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 jetzt hier zu einer runden camp machen komm komm bleibst du verdammte scheiße denn die sind auch schon wieder unterwegs die hundesöhne unsere jana ich hab irgendwie sowas geahnt warm ins gesicht älter los auf der raiders oh gott war so das das hat mich getroffen ich hab aber nur eine münze also ist nicht schlimm oben der alte äh butcher soll ich mal versuchen camp unten alleine ich komm mit ne schaffen würd ich's alleine ich weiß oh kälter's mitte oh kälter's mitte dickfee der kriegt die jana ja doch nicht sind ihr nen ult geopfert ja ich ich opfer jetzt auch mal nen ult oh oh saft 2 aaah ich hab's zu weg weg hallo fuck ey ja du warst zu lonely nee ich hab mein eigentlich mein blut für blut benutzt aber ich hatte irgendwie nicht das gefühl dass es mir was gebracht hat naja kann ich mich auch getäuscht da muss ich mir auch noch machen hä wieso wird die wieder resetet ne die hat die geholt ey das kann nicht sein die mittel gleich wieder ja ich will machen sofort hier oben die dinger kaputt das ist scheiße läuft doch alles noch dran ne das sind gar nicht mal so weit hinten ja warum ja warum auch immer wie sie dauert das dann so lange dann so müssen die verklingzeiten der hölle die dann doch nach unten ja unten ist vorsichtreich das kommt nach der mitte von unten wie gut sondern kaum wir sind ja nun zu dritt ja also jetzt kommen wir nach hinten und ficken hier so auf jetzt geht's und nein die trainer hat sich hier im bosch versteckt die alte fu ah ich krieg nicht deswegen ist noch gekriegt du sauhunde kommt 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 ihr müsst mal eine sterne einsammeln ja hier sind noch die beiden auf der auf der jana sind die rainders drauf gewesen aber die ulti sind klar keine orientierung oh nein die sterbe meine juwelen oh kein juwelen wollte sie sein ja ich hab unten ich hab keine map awareness ich hab unten nichts gesehen ich hab den kälter von unten nicht gesehen nein oh gott nein alter ey das ist doch nicht normal nein wie die stunt alter geht nicht da liegen sie alle die ganzen scheißdinge wieso geht man noch aus wie nach links ein geht da liegen jetzt 30 mehr ja wahrscheinlich mehr ich hätte 25 na egal wir brauchen nur noch 10 ja genau das nennt man ein ass oder in lol sprache ja ja die haben jetzt kennst du mal selber leute es ist so schrecklich ich weiß auch nicht was das ist es ist keine absprache und du kriegst das problem ich finde auf dieser map ist es noch hektischer als sonst planlos planlos in Seattle äh machen oben boss ne na gut aber wir müssen ja mitte freifuschen ich push mal unten ein bisschen jetzt nimm doch das kack Herz bevor es kaputt geht oh mein gott nein oh das ist es sehr schön so jetzt kommen wir hoch die haben level 20 talent Kulti ist ready oh nein ich kann die nicht von hinten ran gehen die kriegen mich jedes mal wenn ich von hinten komme so jetzt auch eine rost picken rost die scheiß buchige Job super super so verfolgt mit einer firearms kчики kriegen dieください davon kriegt's mich auch weg so ich scho heilloser ich weiß nicht die ganze zeit im nachteil gewesen das ist dann für unsere unsere jane kann ich denn die schuld geben selbst wollte erst gar nicht kann hat schon mehr schaden gemacht er braucht keinen schaden gemacht kann das ich habe eigentlich gedacht du machst so viel schaden wie ich und dann wäre alles im lack gewesen für dich nummer mitnehmen ja ich weiß auch nicht nur weil deine mama ihren computer gekauft hat zu weihnachten heißt das nicht du kannst mit uns mitspielen nein ok 1.120 gold ich habe 828 gekriegt mensch das lohnt sich wieder richtig gut ist egal ich finde kerrigan trotzdem geil kein sinn mit dieser scheiße besonders die stiefel ist egal leute ihr habt ein chaos spiel gesehen ich glaube ich nenn das auch so chaos spiel probieren wir es noch mal oder deinstallieren wir ich glaube ich deinstallieren ja magi erst battle dings hier im battle net das spiel deinstallieren und dann windows 10 auch noch mal deinstallieren und dann seid ihr alle happy gut wenn ihr das spiel bei mir guckt und es war scheiße guckt beim harmsen da wird es viel besser bei magi gewinnen wir sogar ja es ist immer kommt immer auf den blickwinkel an dank für das einschalten und bis zum nächsten mal macht's gut tschüss